Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten. Wir sind mächtig. Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit. Wir stoppen diesen Tagebau. Macht alles, was ihr für richtig haltet. Meine lieben Freunde, wer sich so außerhalb der Gesellschaft aufhält, wer sich gegen das System stellt und für sich ganz klar äußert, dass das bestehende Rechtssystem keine Relevanz hat, der erfüllt den Tatbestand einer verfassungsfeindlichen Organisation. Hier flogen Steine, hier flogen Pyrotechnik und hier gab es auch Schriftzüge an den Wänden. Kill the Cops. Tötet die Polizisten. Wer sich mit diesen Menschen gemein macht, hat meines Erachtens eins auf jeden Fall nicht verdient, nämlich die allgemeine bedingungslose Wertschätzung. Wer für eine Sache kämpft, darf trotz alledem nicht zu jedem Mittel greifen. Ja, ich weiß, wir sind mitten in einer Story. Es ist spannend, es ist interessant und ihr wollt weiter gucken. Also jetzt abonnieren und weiterschauen. Danke. Und diese Form des Rechtsbruchs und der Gewaltverherrlichung hat tatsächlich Konsequenzen und sollte sie auch für Greta Thunberg haben, wie für ihr deutsches Pendant Luisa Neubauer, die sich ebenfalls diese Bühne ausgesucht hat, um mal wieder in Erscheinung zu treten. Was heute ebenfalls noch passiert ist, während tatsächlich hier einige Menschen friedvoll demonstriert haben, und das wollen wir nämlich auch erwähnen, es gab nicht nur den randalierenden Mob, gab es aber auch Menschen, die tatsächlich zum Mikrofon gegriffen haben und folgendes kundgetan haben. Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten. Wir sind mächtig. Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit. Wir lassen uns von diesem Repräsentivsystem nicht aufhalten. Wir stoppen diesen Tagebau. Macht alles, was ihr für richtig haltet. Meine lieben Freunde, wer sich so außerhalb der Gesellschaft aufhält, wer sich gegen das System stellt und für sich ganz klar äußert, dass das bestehende Rechtssystem keine Relevanz hat, der erfüllt den Tatbestand einer verfassungsfeindlichen Organisation. In diesem Augenblick, so glaube ich, ist es zwingend notwendig, mit ganzer Härte gegen einzelne Aktivisten vorzugehen und ein Exempel zu statuieren, damit hier ein für alle mal klar ist, wir befinden uns noch immer in einem System, das von Rechts wegen klare Strukturen hat. Und man kann das eigene empfinden und das eigene ermessen, sei es auch noch so ehrenwert, nicht übergeltendes Recht stellen. Der Lebensraum Deutschland bietet für viele Menschen ein weites Feld an Möglichkeiten, für ihre Ideen auf die Straße zu gehen und friedvoll zu demonstrieren. Sollten dabei aber die Spielregeln und die Grenzen verletzt werden, so ist auch das klar in einem Rechtssystem wie dem unseren geregelt. Deutschland darf sich hier von einer Handvoll randalierender Möchtegern-Öko-Fanatiker nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann abonnier jetzt diesen Kanal. Denn wir haben die Augen auf die gerichtet, die die Geschichte von Deutschland im Moment in ihren Händen haben. Wir haben das Ohr auf der Straße und den Finger am Puls der Zeit und zeigen klare Kante, wenn es darum geht, den Lebensraum Deutschland zu bewahren, zu erhalten und zu gestalten. Unser Interesse ist es für dich zu berichten. Deswegen hilf uns. Danke.